hallo und willkommen zurück auf meinem kanal heute mal nicht mit der messer vorstellung sondern ganz einfach einer kurzen ja wie nenne ich es meditation über sagen wir mal den wert von empfehlungen also messerempfehlungen die man sozusagen von kanälen erhält von messerfreunden aus dem internet und ja hier spreche ich ja vor allen dingen von youtube denn woanders treibe ich mich gar nicht so sehr herum in den letzten jahren hat es da einige also um vorweg zu nehmen ich habe da eigentlich nur gute erfahrungen gemacht in den letzten jahren habe ich da einige sehr sehr gute tipps bekommen wo man dann auch mal für einen schmalen taler ein super messer abkriegt und habe ich stellvertretend mal für drei modelle sagen wie mir das sozusagen zugute gekommen ist das ist viel sozusagen heute fällt mir gerade auf aber es ist wie es ist das erste was ich dann kurz zeigen möchte ist dass florianos kiana tieresfabrikation das hatte damals der gute jochen vom kanal gm knives beworben will ich gar nicht sagen das ist quatsch aber er hat auf den bezug hingewiesen und das ist wirklich ein tolles messer was für dich zu recht auch sämtliche lorbeeren empfangen hat die in der letzten zeit verteilt wurden wirklich toll leicht günstig und man kriegt das ordentlich scharf also das war sozusagen jochens erster streich danke dafür schon mal und ja und ich bin kurz davor ihn auch so ein bisschen als den sanrenmu botschafter hier zu bezeichnen denn er hat immer wieder mal auf neue version vom mittlerweile omnipräsenten sanrenmu 73 15 hingewiesen so dass ich auch nicht umhin konnte dann doch noch mal zuzuschlagen und ich habe es getan und ich würde wirklich weit davon entfernt das zu bereuen das kann ich wirklich sagen ein feines leichtes messer hier in der denn im mikata version tolle angelegenheit wirklich finde ich finde ich wirklich klasse slip joint aber dazu ist ja eigentlich alles gesagt da muss ich mich ja gar nicht groß verbreiten das ging sozusagen auch auf jochens konto wenn man so will also auch dafür vielen dank und ein drittes das real steel solis in der knifes and tools exclusive variante graue ausführung das hatte der kanal messerwisser glaube ich das wieder schlecht vorbereitet messerwisser gedroppt die bezugsquelle und so habe ich mir dieses auch sehr leichte sehr schöne messer zu einem sehr sehr günstigen preis zu legen können also dafür muss ich wirklich sagen vielen dank so stellt man sich das vor das macht wirklich spaß kann man mal machen in jedem fall also da verschenkt man sich gar nichts und es lohnt sich auch immer mal solche anregungen dann mal auf herz und nieren zu prüfen und gegebenenfalls zuzuschlagen also hier waren es sozusagen drei schöne 42a konform modelle wirklich toll ja viel länger sollte das ja eigentlich gar nicht dauern also nur noch mal der wert von empfehlungen für mich uneingeschränkt groß auch wenn es im zweifel dann vielleicht nicht jedes messer wird führt doch dazu dass eine oder andere dann für einen schmalen taler zu einem findet also zu mir hat nun schon einiges gefunden dass man sozusagen die drei die so ad hoc zur hand hatte und wo man noch einigermaßen gewertig war wem ich den tipp verdanke insofern noch mal vielen dank und ja in dem sinne kann es doch weitergehen das soll schon wieder gewesen sein vielen dank für die aufmerksamkeit dann bis zum nächsten messer